Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Kaum in Garmes angekommen, ging es für mich auf den Panoramaberg Wank. Kurz vor der Mittelstation habe ich gemerkt, dass das Wetter nicht allzu sehr mitspielt. Und dann bin ich von der Mittelstation bis zum Gipfel mit einer Gondel hochgefahren. Auf dem Gipfel selber hatte es dann nur noch 8, 9 Grad und es hat ja auch schon leicht genieselt. Dennoch konnte ich einige schöne Blicke ergattern. Und ja, was ich da genau erlebt habe, siehst du im Video. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst gerne einen Like da und abonniert mich an den Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen.